Jaaaaaaaaaaaaaa Als ob das klappt Das ist komplett krass, guck dir das Game an Was ist denn das? Visage heißt das Ah, das haben wir auch schon gespielt Gestreamt? Ja, aber wir sind da null weiter gekommen Ja, setz dich mal daneben Hallo, Twain, es ist Rose, dein neighbor Ich weiß, es ist late Und ich weiß, dass ich mich ein bisschen Angst vor kleinen Dingen Ich entschuldige für das, aber ich bin ein bisschen Angst Ich habe dich nicht aus dem Haus in etwa drei Wochen Ist alles alles okay? Können Sie mich telefonieren, um zu wissen, dass alles gut ist? All right, bye bye Kann ich die jetzt anrufen? F, auflegen Wie war denn das? Hä? Da ist so ein... Ist das ein Schaukelstuhl? Mhm, irgendein Stuhl ist da Ja, auf jeden Fall ein Stuhl Man musste hier irgendwas finden Ich habe vorhin hier Schritte gehört Wie, man muss hier irgendwas finden Irgendein... Also, ich glaube, hier sind sau viele kleine Details versteckt oder so Und ich hatte das nicht gefunden damals im Spiel Ist das... Oh, ich dachte gerade, das ist Blut, Alter Ey, das sieht so gruselig aus alles Ja, ich glaube, das ist ein richtig krasses Game Du kannst hier halt mit allem interagieren Das macht das so kompliziert, weißt du? Kleines Kinderfotern Das öffnen? Ne Blüssel mit einem kleinen Spiegel Solche Katzen sind so... Alter Das klemmt Okay Oh, wie war denn das? Ja, genau Verstand Der Verstand, der Verstand war einfach sein Spiel entscheidend Unter anderem wird der Verstand seines Charakters deutlich verwirrter Wenn du zu lange in der Dunkelheit herumstehst Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirn-Symbol angezeigt Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter Das könnte gefährlich werden Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in der Strasse-Situation befindest, die den Verstand deines Charakter beeinflusst Das heißt, du brauchst immer Licht Mach mal Licht an den Schalter Oh mein Gott Schnell durch Oh mein Gott Natürlich Paranormale Ereignisse Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse aus Du sagst, das lernen sie zu erkennen, da sie deinen Verstand behindern Deinen Verstand deutlich verwirren Okay, das hängt von meinem Zustand ab Wahrscheinlich wenn dein Gehirn Das sieht ja so krank aus Kannst du die anzünden? Das muss so gehen Hä? Wie zünde ich die an? Mit einem Feuerzeug Feuerzeug, hab ich aber nicht Aber ich kann die dahin tun Hier hin So Halten Mit einem Feuerzeug anzünden, stand da Mein Gehirn Es wird rot Ah, ja, ja, ja Jetzt geht's langsam wieder Irgendwas musst du gedrückt halten Was denn? Links oder rechts halten Mit Feuerzeug anzünden, stand da Ich hab kein Feuerzeug, das ist das Problem Hallo, tu es doch mal bitte dahin What the fuck? What the fuck? Yeah Garage Garage Key? It's probably Hallo It's probably in your Was? Jeans pocket Jeans pocket in the laundry Okay Hier können Kerzen aufgestellt werden Ich geh mal schnell durch Ich kann nicht Doch, ich kann schneller laufen Wo ist denn die Laundry? Alter, dieser Sound Verschlossen, du brauchst den Kellerschlüssel Kannst du hoch? Das klemmt Ja, ich muss anscheinend hoch Oh mein Gott Das sieht ja komplett gruselig aus Ja, da rein Bitte Ich hab so Angst Da liegen so Pillen rum Könnt du mal kurz zumachen? Was? Tabletten, sie unterstützen deinen Verstand Sie sind absolut überlebenswichtig Äh, einziger Weg Ah, okay, die braucht man als Backup Ah, das ist kein See Ja, aber Hä? Äh Kannst du die nicht einstecken? Naja Links lagern Okay Dynamische Gegenstände Ah, geil Das ist wie bei Resident Ja Oh mein Gott Wir brauchen Feuerzeug Dein Gehirn Schnell ins Licht Mach schon ins Licht Ja, war das schon kaputt? Ja, ich glaube Mein eigenes Gehirn jetzt ist kaputt, Alter Oh mein Gott Alter, ich hab so Gänsehaut Das ist ja ultra gruselig Im Kinderzimmer Was denn? Was denn? Tumor Hä? Oh mein Gott Natürlich Ja, mach mal den Schrank auf Ah, vielleicht ist die Ne, die Jeans ist im Laundry Room Ja, Laundry Room Hat er gesagt Das ist ja kein Wesselraum Ja Ey, wir brauchen ne Kerze Ich brauch erstmal überhaupt Was ist das? Ja, man kann nix sehen hier Das ist ein Comic oder so Ja Ich seh da gar nix Lauf Nein Helfer Hä? Wie mach ich das in der Tau auf? Wie war das denn? Keine Ahnung Ja, da Nimm die Wie nehm ich die? Keine Ahnung, E oder so? Hab einer Okay, jetzt renn durch Hä? Achso, doch Ich hab die Tür abgeschlossen In das Licht Ey Ah, da hängt ein Schlüssel Wo? Am Schlüsselbrett links Da Schlüssel mit kleinem Spiegel Ja, perfekt Okay, und wo soll ich jetzt damit hin? Das war doch da in diesem Wo das Sofa mit Blut war Genau Das Licht ist aus, warum? Ja, genau da Und jetzt links Das, glaub ich Okay, warte kurz Ja Ich tu das mal wieder weg Links lagern Okay Das hier? Ja Hier, haben wir doch Benutz den Dach Ah, hier Als ob man die Welche Tür Öffnet man in so einem Bewinnerten Scheißgang Nach außen? Ja Oh mein Gott, dieser Spiegel Hier ist ein bisschen Licht Ja Kannst du die Decke ziehen? Oh mein Gott Wieso sehe ich mich dann? Der ist weg Oh mein Gott Ich glaub's nicht Ich hab ne Kassette bekommen Oder sowas Der ist weg, der ist weg Da lag ne Kassette Oder so Nee Wo ist dieser behinderten Spiegel hin? Ja, geh da rein Ist zu Da ist ein Lichtschalter Oh mein Gott Oh mein Kannst du die aufmachen, die Tür? Nee, kann ich nicht Hä? Ich muss kurz ins Licht Nee, dies Du bist ja mit deinem Spiegel Schnell, öffnen Oh mein Gott Schnell Warte Ich öffne die gleich Alter, das ist ja so abgefuckt, Alter Hallo Äh? Hallo Öffne die Tür, Alter Was ist das? Let's go Oh mein Gott, was ist denn das? Das ist dieser behinderten Spiegel Ja, wieder Wieder Das aber nicht, das ist gut Ja, das kann ja ausgehen Ja, geil Oh mein Gott Hallo? Was ist das? Mein Verstand Mein Verstand Hallo, liegt diese Behner Liegt die da hin? Liegt die da hin? Mit E oder so? F? Weg mit der Scheiße, Alter Da war ein Schlüssel Nice Hilfsaffen an? Da, links Ja, ja Kellerschlüssel Geil Mein Gott Okay, ähm Das ist jetzt lagern Lagern Boah, dieser Fernseher, Alter Geht der aus? Kann ich den ausmachen? Je näher ich diesem Spiel komme Desto mehr macht es mir Nee, zieh diese Zieh die Decke ab Zieh ab Soll ich? Ja Ja, dann mach ich den Ja, dann sollen wir Mach einfach Zieh einfach ab Chat Keller Oder Spiegel Hast du das angemacht? Ich hab dich nicht angemacht Ich hab dich nicht angemacht Der Fernseher ist wieder an Spiegel Ich hab das nicht angemacht Der Chat sagt Spiegel, Spiegel Los, los, los Ich hab diesen Bildern an den Fernseher Nicht angemacht Zieh ab Weg Oh mein Gott Ich trete mir In meine Scheißhose Ich kann Ich kann da nicht hinkommen Hallo Hä? Was ist denn hier? Ich kann da nicht Hayセ hinkommen